Neeeeeeeein! Schade. Äh. Ta-Dang! Ja! Das ist ja... ...relativ... ...machbar. Aber was mich jetzt ein bisschen wundert... ...bitte mal gefragt. Ja! So... Erstmal hier oben drauf. Dann machen wir das so... ...und äh... ...machbar so und... ...zack, haben wir's offen. Und schon haben wir 3.506... ...seelen. Und wieder haben wir einmal... ...diese wunderschöne Klinge. Den Raum haben wir somit auch... ...beendet. Damit haben wir auf jeden Fall... ...Klinge Nummer 1... ...Klinge Nummer 1... ...auch noch eingesetzt. So... ...ich würde auch sagen, dass... ...Klinge Nummer 2 und Nummer 3... ...eben halt in den anderen Räumen... ...was... ...was, was, 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 was... ...ich die eine Klinge auf jeden Fall... ...äh... ...irgendwie übersehen hab. ...beziehungsweise ich kam nicht dran. So, dass ich auch nie gucke, wo ich hinlaufe. Ähm, wisst ihr was, Leute? Ich mache hier aber jetzt einen Cut. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ähm, ich muss dazu jetzt sagen, so wie der Tempel jetzt, oder sagen wir mal, der Dungeon aufgebaut ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist geil gemacht. Es ist wirklich geil gemacht, muss ich es wirklich sagen. Ähm, Darksiders ist auf jeden Fall ein Spiel wert. Ähm, das Geld auf jeden Fall, es ist Wahnsinn. Damit sage ich aber nur noch, bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt XFB, mehr Letztischab. Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Darksiders. Ja, das letzte Mal haben wir zwar nicht hier in diesem Raum aufgehört, weil hier haben wir nämlich diese Waffe bekommen. Die Kreuzklinge. Eine ziemlich coole Waffe. Aber hier in der Nähe haben wir auf jeden Fall aufgehört. Und ich vergesse, oder ich habe vergessen, dass wir auch hier nicht unbedingt... Hallo? Ähm, dass wir hier nicht unbedingt... Das, ähm... Na, egal. Auf jeden Fall sollten wir hier in der Nähe noch, äh, eine Klinge bekommen. Und ich brauche hier keinen Kreistest, um diese Bäsche machen. Das ist eigentlich... ... ziemlich hilfreich, im Normalfall. Gut, ich komme da wieder hoch. Das ist... Das ist fein. Das... Das mag ich. So, wo habe ich jetzt sogar das letzte Mal aufgehört? Dort habe ich auf jeden Fall schon mal die Klinge geholt. Ich muss hier hin. Hier habe ich das letzte Mal... ...irgendwie... ...fass mal geschafft hier. So. Bevor ich da aber wieder runterrutsche... ...möchte ich mich erst mal hier oben selten. Okay, hier gibt es soweit erst mal nichts. Ach, stimmt. Hier war ja dieses komische Labyrinth. Obwohl ich das letzte Mal aufgehört habe. Oder was immer das auch dastehen wollte. Das war auf jeden Fall jetzt... ...nicht intelligent. So. Zack. Ich weiß gar nicht, ich gebe das auf Zeit oder so. Warum springt er nicht? So. Schapsschub-Mode. Und... ...dann... 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 ...das reicht. Das ist gut. Ich hätte vielleicht von dort oben... ...springen sollen, aber... ...so passt es auch. Wo ist der nächste Schalter? Und... ...so... So Dann machen wir das mal ganz gewieft und lassen uns erst mal sterben Oh Mann Naja, so geht's ja auch irgendwie, ne? Das waren mit Energieverlust verbunden, aber Tatatata Und zack Gut, ähm Haben wir noch irgendwo ein Loch Aua Äh, falsche Richtung und es hat immer wieder geläkelt So Nein Ich bin ja am überlegen, was es dort gibt Hmm Einmal die Schalterposition ändern und dann kommen wir auch hier hin. Achso, das war ja ein Schalter. Ich sehe aus, was ich betätigt habe. Was mache ich da? Ich komme hier hoch. Das freut mich. Okay, von dort komme ich dann wieder zurück. Und dort komme ich weiter. Und da ist auch schon die nächste Klingel. Das ist gut. So. 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 Wobei, Nebenfrage. Gibt es hier irgendwas? Ausnahm, gut gemeinten.